Was ist das Falsche? Ey, lass mich doch mal zurück! Ja! Soll ich jetzt hier runter, oder wo muss ich hin? Bestimmt nicht, ich geh mal hier rein. Ich hab's da gemein, okay. Okay, dann muss ich doch hier runter. Ey, ich hoffe ich bin ja richtig. Da bin ich nicht geheilt rein. Nein, wenn ich mich nicht täusche, muss ich jetzt gleich gegen Zorn und Turn kämpfen. Aber die sind voll easy, da geht's zum Trick. Entweder Zorn oder Zorn, die laden sich immer auf. Und, ähm, das sieht man anhand, also angenommen Zorn lädt sich auf, dann greife ich den einfach an. Und dann ist die Auffallung unterbrochen. So, dann greift der andere an, also lädt sich auf, dann greife ich wieder den an. Und wenn's klappt, ähm, schaffe ich das sogar soweit, dass die mich nicht einmal angreifen. Ja, genau das kommt jetzt. Und wenn ich das in einer vollen 30 Minuten schaffe, die zu besiegen noch, ähm, und Beatrix noch, dann seh ich noch eine Ate wie, ähm, Marcus Blankrett. Das will ich unbedingt sehen. Ah, mir, also, die beiden sind noch anfänglich gegen Kannibale, das weiß ich noch. Okay, einfach nur angreifen. 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 Freier macht. Ach, auf jeden Fall. Und so klauen das mal. Genau, klauen müssen wir. Genau, jetzt weiß ich auch gerade nicht, wenn ich angreifen muss. Ich glaube, ich muss jetzt den Leder angreifen, den der das bekommen hat, seine Kraft bekommen hat. Aber, keine Ahnung, ich weiß einfach warum. Ich werde nicht sofort sterben. Oh, die Sahn. Okay, das ist der Freier. Was passt jetzt? Genau. So. Müsste irgendeiner von den beiden wieder irgendwas machen, angreifen. Also, die, die, die dem anderen die Kraft geben. So, jetzt halb ich den an. So, neutralisiert. Das geht die ganze Zeit so, die greifen mich einfach nicht an. Passt jetzt nicht. Aber ich muss eh... Ich muss eh einen Clown zu nehmen, von daher. Egal. Okay. Okay. Oh, du klaust. Okay. Passt drauf. Yeah. Nice, 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 nice. Okay. Wer bekommt sie? Wer bekommt sie? Hä? Na komm. Neutralisiert. Im Prinzip kann nur nichts passieren. Weil wenn ich immer auf beide... ...Pandara mache... ...wird es eh immer neutralisiert. Aber ich glaube, da kann das genau wie bei Beatrix. Ich kann nicht gewinnen. Wenn die abhauen. Dann... ...und dann... ...und dann... ...ich diesem aftermath wünscht. Jetzt vorbei. Gas ran. O-K. Das war's schon. Und nicht einmal angegriffen. Genauso sollte es sein. Und zwei Dinger noch gestohlen dabei. Perfekt. Das ist alles Quatsch. Mieser, ich bin's. Mieser. Oh nein. Prinzessin. Nein. Na klar. Die stirbt eh nicht, Mann. Die ist nicht tot. Steiner. Mach mal einen Ruhigen. Ich verdiene es nicht, an der Gitter zu sein. Ich verdiene es nicht einmal zu leben. Ihr Herz schlägt noch. Ja, ich weiß. Lasst uns sie ja rausbringen. Mieser, dir geht's bald besser. Ja, genau. Genau, genau. Das wollte ich. Er redet Blank jetzt. Aus der Puste. Hä? Ganz ruhig, Markus. Hey, das war's. Ich dachte, man sieht das noch. Hey, was? Hey, cool. Lass uns speichern. Kupo. No. No. Ich muss hier runter. Jetzt muss ich gleich Beatrix kommen. Irgendwie kämpfen wir. Kommt die nicht gleich hier? Ich muss hier runter, oder? Ich hab grad keine Ahnung. Die war doch hier. War die hier? Ne. Ja, aber gibt's hier irgendwas? Ich renne mit Mieser rum. Ich muss mich nicht ins Beilen. Ich muss mich wieder hochrennen und hochlatschen. Junke, Junke. Wäre cool, wenn mich auch immer jemand Krippenhof trägt bei mir. Oh, das ist ja nicht schlimm. Ich wohne da ganz unten. Er kann mich da drauf, nee. Scheiße. Ah, da ist eine Tür, da will ich rein. Komm ich da rein? Das ist doch gar nicht so wichtig, wo sie springen. Wenn die umkriegen? Nee. Nee. Oh, noch mehr, alter. Kann ich equipen? Genau. Ich kann. Nur so. Wow. Glänzer. Nee, Rayswind. Muss ich noch eins voll machen? Ah, warte mal. Nee. Zeit. Wann ist er? Nee. Ich will aber... Ich will nicht flüßen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich weiß, was wir brauchen, was wir brauchen. Ach, ne, Brand. Egal. Ah, was vor einem Eisbrand? Genau, das will ich gucken. Was? Nee. Oh, hab ich voll vergessen. So, was vor Eisbrand? Eisbrand, Eisbrand, wo, 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 wo? Schwenkt ihr? Ach, das ist... Oh, ein Schwert! Das ist sogar ein Schwert. Für mich? Nee. Scheiße, der Steiner. Steiner? Yeah. Oh! Was für mieses Schwert, alter. Wasser, Müll. Das hab ich jetzt voll vergessen. Aber es ist wichtig, weil ich nachher mit Beatrix und... ... mit Beatrix und... ... mit Steiner... ... noch rumrennen musste, in der Gesamkehr. Ja, mit Beatrix und Steiner und ein Team! Komisch, wa? Ich denke nicht, dass mir das jemand gefölkt ist. Ich denke nicht, dass mir das jemand gefölkt ist. Komm, macht's dem zu. Steiner! Sie da, ne? M-m-m-m... Do you think she'll ever wake up? Ja, sicher macht sie wieder auf. Natürlich! Sie schläft nur, weil sie müde ist. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. M-m-m... M-m-m... Wäre ich nur R gekommen. Es tut mir leid. So pisst du dir jetzt ein, Mann, dass er selber gerade gesagt hat, die... Petten nur, weil sie müde ist. Junge, Junge, Junge. Komm, sag mal, das ist mein Entferlauer. Nein! Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade fühle. Was ist mit dem los?